es wird es Schnee geben. Was? Schnee? Ja. Schnee wäre cool. Schnee wäre geil. Oh, direkt neben dem... und direkt neben dem großen Stockwerk. Alles klar. Hm, hier bin ich direkt von der Kiste. Ja, das auch. Ich bin schon mal direkt neben der Oben gesporen. Ähm. Jägerin. Schlüssel. Jägerin. Ja, dann. Ist Schrank verstecken? Ja, doof. Wo ist jetzt Leon? Ah, der ist da gerade unvorbeigesprintet. Alles klar. Ja, wir haben... und da wo? Nee, oder? Nee, die Jägerin. Die ist gerade im Haus oben. Und wirft. Wo? Wow. Wie hat es mich denn da noch getroffen? Verdammt. Oh, hier ist doch der Keller. Hm. Ich dreck mich aber nicht in den Keller. Okay. Oh, gut. Äh, ich häng dann auf der anderen Seite des Hauses. Ich hab zwar noch Summe, aber keinen Herzschlag. Geht jemand zum Sat, oder soll ich? Das geht keiner. Sie läuft gerade euch hinterher. Kannst du uns abholen? Ja. Das sieht so aus, als wenn der Random gerade wieder gejagt wird. Ja. Scheiße, die ist da. Ja. Ja. Oh, er hat ja schon gestruggelt. Shit. Jetzt hör auf, mir Digga abzureißen, die ich noch gebrauchen kann. Geh so, sie springt runter. Ja, sie kommt, sie kommt, sie kommt, sie kommt. Ja, sie kommt, sie kommt. Ja, sie kommt, sie kommt. Naja, ich kann ja noch kurz hängen. Ich muss doch nicht jetzt aufmachen. Alter, was für ein Geräusch. Kannst du ihn runterholen? Nein. Nein. Sie ist nämlich jetzt gerade hier. Jetzt aber schnell. Jetzt aber schnell. Jetzt aber schnell. Oh. Ja, sie kann werfen. Aber kann sie denn auch treffen? Ja, das tut sie. Das habe ich eben schon mitbekommen. Sag ich, du bist mal wieder extrem laut krass. Entschuldigung. Dann mach dich heute nicht leiser, dann mach dich heute lauter. Normalerweise machst du nicht lauter. Was haben wir denn da? Den Hunter, äh, den wir mal bei lassen. Oh, ja. Oh, ja. Die machen Dinge. Ich habe aber in den Zweck in der Ecke cheiniz. Ja, das stimmt. Ich kann mich schon alles gut. Ja, ich mich über dich. Also, du kommst, kommst du. Ich gehe in eine Richtung. Ja. Und ich bin wieder so. auch wenn du lass dich doch nicht von jeder der hergelaufenen flachlegen jetzt müssen die vorbeikommen und ich habe das base gedrückt ja das war der gerade den ich am anfang angefangen habe der hat sich wieder komplett runter geknüppelt das war glaube ich helft oder dreiviertel da ist sie da ist sie da ist sie ja gut jetzt mich doch nicht durchsuchen lassen können das wäre ja such die gucke Oh, danke, du! Yay, 19 Punkte Zeitung, get up! Yay, yay! Können wir ganz kurz aufgehen? Jo! Jo! Da passt sowieso nicht an nichts. Doch, doch, dein großartigen, überwältigenden Entkommenssieg. Ja, ja. Ach, du holst jetzt die Luke oder ein Ausgang, eins von beiden? Da bin ich mir sicher. Ja, ja. Tschüss! Wir sind wieder da. Da kommt sie. Naja, ich wollte es kriegen. Ja, und ich glaube, da war die Luke gewesen. Ist sie so nett und lässt sich nicht öffnen? Das wäre ja nett. Oder sie lässt sich zu Ende kommen. Okay. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ich auch nicht.